Hallo Freunde! Willkommen in unserem Schlagzeugenraum von der Statistik Musikschule in Neuss. Ich heiße Jaime Moraga Vázquez und ich bin heute mit meiner Schülerin, Luisa, hallo! Und heute wir sagen euch, wie das Bibraphon spielen geht. Wir haben viele Töne auf dem Bibraphon, zum Beispiel tief und hoch. 1 und 2 und 3 und 4 und 4 und 5 und 5 und 5 und 5. 4 und 5. 6. Komm vorbei und wir freuen uns auf dich! Tschüss!